Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, wir sind letztes Mal gestorben und noch was, was noch viel geiler ist. Ich habe ungefähr zwei Stunden oder so aufgenommen und ja, ich habe nicht aufgenommen. Also ich dachte, ich lehne auf, aber glücklicherweise habe ich nicht aufgenommen. Das heißt, ja, das da habe ich schon vorgelesen, aber ihr habt es ja natürlich nicht mitbekommen. Yay, weil ich es nicht hochgeladen habe. Ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält. Doch nicht den Gott, den ihr kennt oder die Götter, die alle kennen. Einen neuen Gott. Die Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Entschuldigung. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und der Ventilatoren sowie die Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfängliche Körper, wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf den Umschlag. Mein Telefon... Äh, funktioniert nicht. Oh. Gut. Äh, jetzt nochmal der... Ähm... Der Rüstungstyp, den wir vorhin vorher verloren haben. Den habe ich ziemlich cool besiegt und herausgefunden, dass, ähm... Dass sich das, äh, Schild wieder aufnimmt. Bisschen Kacke, aber... Bisschen Kacke, aber... Ich hätte nicht sagen dürfen. Ach genau, ähm... Wie ich jetzt, äh, wieder hier bin, ähm... Ich muss es, äh, nochmal starten. Also komplett, äh, das Game nochmal von vorne anfangen und bin jetzt hier durchgerusht. Hab, äh, glaube ich, alles mitgenommen, was ich, äh, was zum Mitnehmen war. Ähm, also sämtliche, äh, Dokumente... Ich glaube, ich, äh, glaube ich habe, äh, wirklich alles, äh, wieder... Äh, mitgenommen, wie es war. Und, äh, ja. Dann werden wir zusammen nochmal schauen, was ich jetzt, äh... Ihr seid mein Zeuge. Ähm... Warte, genau, ähm, jetzt habe ich nämlich... Ein Schnellreisepunkt, äh, geöffnet man, dann kann die Kontrollepunkte nämlich als solche verwenden. Kommunikation. Wir sind auf dem richtigen Weg. Genau. Kommunikation. Warte, ich mach mal... bisschen lauter hier. Genau, wie der Klo. Das fände ich so genial, dass ein Mann kann wirklich alles abknallen. Äh... Äh, fast alles. Äh... Äh... Sind... Warte mal. Wisst du es jetzt schon? Warte, 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 warte. Ja. Ah, da ist noch was. Das habe ich, äh, letztes Mal nicht gefunden. Aber lass mich raten. Nicht definierbar. Was? Das war's. Warte mal, ja. Aber krass, äh, äh, wuuhu. Aber vorher, äh, warte, da gibt's noch ein Video. Ähm, das habe ich vorher natürlich entdeckt. Aber wo war das nochmal? War das hier drin? Ja, das war hier drin. Okay, ich hab's gefunden. Eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kamen sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Ähm, hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebt da sogar eine Tasse. Wow, eine Tasse. Was ich lustig finde, ist, dass bei den Videos die Lippen-Synchro schon fast besser ist als beim Hauptspiel. Ja, aber es ist nicht schwer, das besser zu machen als hier beim Hauptspiel. Oh, da, da trieb ich noch. Ähm, ich will nicht wissen, was das ist. Hier ist noch ein Shelter mit nicht identifizierbarer... Äh, nee. Uh. Da bekommen wir sogar was. Äh, Buch-Club-Notizen für Penny. Äh, von L. Samson. 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 Entschuldigung. Ich lese normalerweise nicht so viel Science-Fiction, aber was Weltraum-Opern angeht, war das Buch ganz okay. Der Titel, außer du, könnte sich auf ein paar Elemente beziehen, denke ich. Aber insgesamt ist er ziemlich vage und dumm. Okay. Äh, die Charaktere benutzen ihn viel zu oft, sodass er zum geflügelten Wort wurde. Und das war ziemlich schnell nervig. Die Weltraumkämpfe war das Beste an der Geschichte. Ich war natürlich auf der Seite der Fixer, weil sie die coolste Technologie hatten und mir ihre Motive logisch hervorkamen. Ganz ehrlich, wenn ich wählen müsste zwischen ein paar platzierten Weltraum-Hippies mit Blumen im Plaster und einer Truppe krasser Krieger, die herumfliegen und Planeten verschlingen und irgendwie billiges Sonntags-Sushi, würde ich nicht lange überlegen. Die Szene, wo sie in den Stadtplaneten eindringen und die gesamte Bevölkerung mit einem Hirnwurm, was mit diesen Hirnwürmern konvertieren und der Dogfight im All zwischen den zwei Pilotenassen? Scheiße, ich bin dabei. Was mir das Ganze ruiniert hat, war der Tod meines Lieblingscharakters mitten in der Geschichte. Eine Gravitations-Anomalie hat ihm ein Akkuzylinder durch die Visage gejagt. Das war total unnötig. Okay, gut. Denk hatte ich ja zum Beispiel auch noch nicht. Gut, der wurde K.O. geschlagen von ein paar Tassen. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie von Zwischenbefallen. Wir müssen sie säubern. Jetzt können wir uns nämlich ducken. Das ist hammergeil. Äh, wohin? Äh, wie kann man... Äh, ich glaube da... Nee. Oh man. Aber ich... Okay, das war natürlich Absicht. Wie kann man nicht da nochmal... Ah, rechts. Genau. Ah, nicht definierbare Werte. Das ist natürlich super gut. Günntag. Jetzt ne Treppe. Und die wird mich jetzt hochbekannten. Unterschied sich dumm und dinglich. Gut, der hat seine Munition fertig. Und jetzt... Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat dir das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. So, und jetzt fängt der Spaß richtig an. Bäm. 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 So. Ich bin doll. machen so wird er dabei schießen die sachen total und erhält sich die große Entfernung zu unserer überschleudern oder ein bisschen sehr und zu holen die immer also automatisch automatisch ziehen 3 1 1 1 1 1 Geh weiter durch die Kommunikations-Abteilung. Geh weiter durch die Kommunikations-Abteilung. Schattenspiel, das ist jetzt 4 Uhr. So, wie geht's weiter? So. So. Dann wieder raus, oder? Ah. Ich nehme mal die Uhr mit, weil da kommt halt welche raus. Hallo! Boah. Emily sagte, dass man durch den Posten zur Hotline kommt. Ja, das sagte sie. Ah. Das ist doch was. Bestimmt wieder... Oh. Warte. Schuss bei Todesserie. Ui. Oder? Schmetterer. Okay, nur bei Schmetterer. Lass deine Indie aus auf der Tür. Drück auf den Motiv. Okay. Was ist das? Du warst schon überlassen. Und ich bin gut. Das ist unser Haus. Wir schieben. Hier ist auch noch was. Ähm. Zusammenfassung der Vorbereitung von alternativen Informationen über das AW in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Ich will zwar nicht angeben, aber umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen, war ziemlich egal. Egal. Genial. Entschuldigung. Äh. Den Klimawandel und die zerstörten Ökosysteme hinterfragt niemand. Äh. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, hm 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 hm. Die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres AW hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Ich heißt, das heißt nicht, dass wir hm 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 und hm 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 blwa nicht mehr auf meinung hin prüfen müssen, die von der Gesamtaussage abweichen. Aber es sieht so aus, als wären wir aus den Grübsen raus. Thomas Sie Ende. Was lavert der? Wir konstruieren dich, bis nicht so weit. Diese heilige Autos, aus dir heraus. Hamburg, du bist ein Mann. Okay. Und da der Konzept in der Realität, in der dieser Realität, musst du dir wünschen, dass diese Welt ist. Cool, ich meine, ich muss dir sein, wirklich, ob das mal schleudereffizient. Ja, bitte, hallo. Dems Regeneration bei Elementaufnahme. Energiestoßkosten. Dann haben wir weniger gegeben, aber vielleicht... Oh. Ist geil. Aber vielleicht, ähm, ja. Ah, danke. Das war über die Lautsprecher. Ah, super. Naja, gut. Dann machen wir mal weiter. Ach, verschlossen. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Damit sollte die Tür aufrechen. Äh, äh. Alter. I-Kid. So, hier ist noch ein... Genau, bisher, bis hier habe ich gespielt. Aber ja, doch nicht so lange. Äh, eine Stunde oder so. Äh, in trotzdem, wie das, äh... Ich habe jetzt, ähm, sehr lange wieder gebrochen, um mir hierher zu kommen. So, da gehen wir noch nicht rein. Ja, wir schauen erst mal... Hier ist nämlich meine Schelte. Und da ist, glaube ich, noch was drin, genau. Nicht definierbare Werte. Wozu gibt's die eigentlich? Ah, hier war ich auch noch nicht. Sie hören, America Overnight. Wir mystifizieren die Funkwellen seit 29 Jahren. Danke, dass Sie bei uns sind. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung... Danke. ...der Quincy Wainter seine Geschichte. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicion im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war im Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also. Der Manager erklärte, in den Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter jenen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich erst unter dem Bett nachgeschaut hatte. Keine Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackerten Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Da hat sie es in Bezug auf, und die Matasse wegschieben, und viel rauskriegt. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen, und netterweise sie weiter anzurufen und zu schreiben, wenn sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das sie nicht erklären können. Vielleicht sehen sie Farben, für die wir keinen Namen haben. Vielleicht ist ihr Toaster verhext? Denken Sie daran, liebe Zuhörer. Wenn Ihnen sonst keiner glaubt, wir tun es. America Overnight ist gleich zurück. Wieso unterbricht der den immer? Kann ich die nicht irgendwie sehen? Nein. Nein. Nein, egal. Gut. Schon mal kurz hoch. Daher kann man sich ja richtig leicht verirren. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Uiuiui. Internet Quarantäne ist ein manuell ausgelöstes Ereignis, in dem ein oder alle Sektoren durch Einschränkungen im Sektor Liftgebrauch abgeriegelt werden. So werden die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Sektor festgehalten, bis der Notfall vorüber ist. Sie kann nur durch den Überbrückungsschalter in der Wartung aufgehoben werden. Sobald der Direktor zufrieden ist, dass sich die Situation unter Kontrolle befindet. Externe Quarantäne ist schon eine größere Sache. Ins gesamte Gebäude kommt nichts hinein und es gelangt auch nichts heraus. Sie wird durch ein Isolationsleck der Alarmstufe rot ausgelöst, basierend auf einem komplizierten Sicherheitssystem, das Sicherheit und Forschung zusammengeklatscht haben. Sie kann nur aufgehoben werden, wenn a. die Bedrohung ausgeschaltet wurde und b. eine weitere Person mit hoher Sicherheitsfreigaben das System das OK gibt. Entschuldigung. Das Prozedere ist nicht das gleiche wie der Überbrückungsschalter. So hört auf damit, es in der Dokumentation so zu nennen. Ich weiß, dass es verdammt verwirrend ist. Ich habe da ein Darling hundertmal gesagt, dass es geändert werden soll. Aber sie besteht felsenfest darauf, es so zu lassen. Ehrlich gesagt, nee ehrlich, ich denke, sie wissen nicht einmal, wie sie es zu diesem Zeitpunkt ändern können. Sorgen wir einfach dafür, dass unsere Mitarbeiter verstehen, wie dieser ganze Schlamassel funktioniert. Okay? Marshall. So. Wunderbar. Da drüben kann ich wieder nicht durch. Ich bring den... Aber, nee, da komme ich auf jeden, auf keinen Fall durch. So, dann gehe ich mal hier entlang. Oh, wo bin ich hier jetzt gelandet? Oh. Oh, shit. Oh, man. Boah, ich lebe noch. Alter. Alter. Alter, machen die Schaden. Also, ich glaube, da sollte ich noch nicht rein. So, da sind wir wieder. Ähm... Ja, hier weiter, ne? Hm, nee. Da weiter. Genau, wir müssen nämlich zu der Poststelle, oder? Ja, die ist gelb. Äh... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen doch nicht hier, Alter. Wir müssen doch nicht hier, Alter. Wir müssen doch nicht hier. Wir müssen doch nicht hier, Alter. Wir müssen doch nicht hier... Wir müssen doch nicht hier! Oh mein Gott. Ah, das ist... Aha, jester geht es erst, dass das der Matzi ist. Ah, das ist... Oh, jetzt machen wir einen Halbjong. Oh, jetzt machen wir einen Halbjong. Oh, okay. Ja, eine Wand. Ja, Thomas, sie ist... Ah, das ist gerade gar nicht gut für dich. Tschüss. Tschüss gleich. Ja, definitiv. Konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Hotline-Chamber. Dann gehen wir mal zur Hotline rein. Hotline-Chamber, auch hier. Ich werde aber noch mal ein bisschen mich umklicken. Vor allem, weil wir jetzt überall reinfahren. Entschuldigung. Falsche Taste. Ach, das ist hier. Ah ja, oben gehe ich nicht rein. Nein. Das mache ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es für heute mal gewesen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächstes Mal werden wir hier rein gehen. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.